ne das werde ich auch mit meinem notebook nicht mehr reichen offiziell habe ich das jetzt aber auch sein ich sag mal aufgegeben vielleicht irgendwann mit einem richtigen pc aber jetzt mit dem notebook halt nicht möglich da habe ich auch hippo gefragt ich habe selbst halt mich noch mal informiert da muss man halt also ich habe jetzt einfach so hingenommen dass es dann nicht möglich ist da noch an ressourcen also also sonst stockte auch gleich also man der stream ist dann halt auch komplett hinüber also theoretisch gesehen geht das halt gar nicht ist auch schon kaputt ich habe schon dicken bei ich komme zu rüber und wollen ihnen jetzt einfach nur schön nicht wie heute mit mit birdie also das wollte ich ja generell einfach mal immer so ein bisschen durchgottieren zu gucken also wenn ein paar leute ist immer das bett und zu zocken ich muss sagen hat das mit den boys und ähnliches das ärgert mich natürlich auch cool ist das halt nicht also welt auf jeden fall cooler wenn das möglich wäre aber gesagt vielleicht irgendwann geht das dann schon mal ein noch ein stopper wie du bist auch tot ich bin auch überrascht ich bin neugierig also ich bin wenn du wirklich eine lösung hast ich habe auch schon geguckt wie man es schaffen könnte sound vom handy aufs notebook zu übertragen aber halt da habe ich auch keine lösung halt gefunden ich habe zwar ein paar sachen gesucht und ähnliches aber auch da keine ahnung also durchgebrochen ich hänge mich ja einfach trotzdem mal mit ein paar muffeln von deren vor ach shit war doch nicht super war doch nicht super ähm discord als medienquelle zu nutzen auf streamlabs ja aber woher würde er dann den ton beziehen ach so die gegnern bei so einem disconnect deswegen ist das so easy wieder durchgebrochen also inwiefern also keine ahnung könnte ich mal nachgucken ob das geht aber ich habe ja auch schon geguckt ob ich irgendwie die ressourcen runter schrauben kann von hier wie heißt das quatsch von von discord und von streamnet aber auch da ist halt schon läuft ja alles schon so auf minimum erster sieg passt easy gg gefühlt auch nichts gemacht und das hat gereicht aber ist das nicht nur dann wenn ich an meinem notebook weil gerade bin ich jetzt am handy in discord drin ich habe auch einfach just for fun überlegt einfach mein handy ohne kopfhörer zu hören und ganz ganz laut zu machen das wäre wahrscheinlich superklasse ton quali aber das wäre verwitzig aber birdie hört man eigentlich eh nicht ich höre auch bei denen komm grummel komm grummel ich habe ein ding bei es ist nicht gut über die hälfte krass eine hebt mit bildschirmübertragung gut ich weiß ja nicht ob die auch krass ressourcen frisst aber gut wenn die weniger ressourcen frisst jetzt als das court ich habe keinen hintendet du bist du da eigentlich also wird ja vollkommen ausreichen wenn ja nur den sound übertragen ich muss ja nicht komplette bild übertragen theoretisch gesehen könnte man zu mir springen wenn man genug wenn man eine große nutze hat wenn man den ball würde man denken wollte freundlichen weil ich warte auf dich und den ball ein menschen was hier das geht schnell die wird nicht weiß ich ich kann ja nicht erfüllen wenn der modus um diese zeit ist deshalb ist gespielt man kann ja nicht machen solchen in der zeit machen kann ich guck mal ob ich versuche lieber zuerst das mit dem notebook also die medienquelle er könnte ich mal gucken ob das geht aber die sind durchgebrochen einfach aufhalten sich nicht wenn auch wer ich vor uns ist schützt und er hat mich doch gemacht aber die idee zumindest zu ja genau springt einfach alle dahin müssen wir einfach nur dafür sorgen dass sie den beinen ich glaube dort schaffen die nicht mehr ich bin tot aber nur noch ein paar sekunden und wie sie hey kdi na ist gut bei dir stimmt vielleicht hätte kann die hast du nicht auch irgendwie ahnung von der materie hättest du da nicht vielleicht auch eine ahnung wie man handy sound zum notebook ressourcensparend übertragen kann welches spiel meinst du denn Germals zu können ich hab ein paar mal gesprochen spiel gleich Huuu ne kenn die nicht, kenn die nicht Ich glaube, ich kann es nicht mehr so sagen, dass ich es nicht mehr so sagen kann. So... Nein, nein, sie hat mich. Ich bin so weit. Ich bin so weit weg. ich habe gleich acht muscheln ich könnte ich könnte wenn man schon liegen ganz gut wir haben 100 mal gewonnen eigentlich nur zweimal das ist ja auch erst der dritte match hier also von daher ja ich komme wieder mit einer krügel ich glaube immer noch s plus 8 ich habe da echt keinen nerv gehabt da im rangkampf groß weiter zu machen ich komme da einfach nicht weiter weil das so tiefen lässt sich ist wir haben auch zwei leute ist ja die kommt glaube ich auch nicht so gut wir haben ein 1 vielleicht auch nicht alleine gehen würde ich bin sein ich gucke mal dass ich vielleicht ein bisschen die haben halt einen krassen überblick über die karte gefüllt nirgendwo kann man durchbrechen muss ich mal gucken vielleicht kommen sogar hier hoch ich bin sogar zu zweit oh das ist doch fies ja gut okay dass das wird doch ein bisschen ne ne ja macht ok gut erste niederlage passt ne 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 de ne keine ne 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 le Sam, denk nicht mal dran. Kleiner versauter Hund, ey. Der Hund kam auf doofe Gedanken. Hab ich ihn weggeschoben. Geht doch, nächste Runde. Wenn das so weiter geht, kriegen wir sogar bis 100 Jahre später endlich mal unsere Liga Power. Ja, noch ganz sicher. Oh, guck mal, ein IK-Gangy-Gang. Zumindest sind die... Zack, hab ich. Ja, ich möchte ein Kinderspieler. Auch nicht so cool. Asozial, ja. Ich glaub, da wird einer springen, ja. Ja, das ist wieder abgehauen. Oh, als ob die zwei Pinsel haben und wir dadurch nicht... Ach ne, ich bin ein Erdmächter. Shit. Ach, hier haben wir auch Sprungbo eben bei sich. Wenn ich den Korb nicht verteidigen, dann würde ich einfach... Also versuche einen Ball zu holen und verteidige so ein bisschen den Korb. Dann, ähm... Versuche ich irgendwie durchzukommen. Ich glaub, den Korb verteidigen ist, glaub ich, schon ein bisschen was wert hier. Ah, mehr oder weniger. Küsse hin. Versuch einfach, dass kein einziger Ball mehr kommt wird. Noch nie wieder. Nicht morgen, nicht heute, nicht gestern. Nie wieder. Ah, shit, da kommt trotzdem noch einer von rechts. Die Pinsel. Ich muss irgendwie mal gucken, dass ich da durchkomme. Also, wenn du willst, kannst du springen mit dem Ball. Ah, shit. 20. Ah, keine Tinte. Ah, ärgerlich. Ah, keine Tinte. Na gut, das Match war gelaufen. Ärgerlich. Ich hab mir voll Mühe gegeben, versuch durchzukommen. Ich hab mir voll Mühe gegeben, versuch durchzukommen. Kann ich ja nichts für, wenn du dir keine Mühe gibst. Beim Verteidigen. Ne, sonst werden sie ja nicht durchgekommen. Alles genug Hilfe. Ja, guck mal, die haben da 2.000 nochmal, das schaffen wir. Easy. Passt du wieder so ein bisschen auf den Korb auf? Und so mit ein paar Mupfeln. Die Mühe geben. Ah, schön, da kam der andere. Ähm. Ich komme mit dem Ball durch die Mitte. Wo bist du? Der kommt zu dir. Zwei Stück. Ah, du siehst aber auch, ne? Ich hab ihn ja. Ah, die springen durch. Die machen das, was ich immer vor hab. Nur halt irgendwie erfolgreich. Kannst du den Konterball schreiben? Hast du den schon mal? Ah, verdammt. Ja, das ist ja. Na, das lässt du ja. Nein, sie blicken. Na, kann ich nicht. Das wäre schlechter in dem Spiel geworden. da kommt schon wieder einer durch was hier ist keiner mehr da hinten in der mitte vielleicht ich komme mir von oben aber lebt nur noch einer ziegade durch theoretisch gesehen mit einem ball zu mir springen das ist eigentlich nicht gesprungen andere bestimmte ich denke mal du bist gesprungen zu mir also jetzt ich werde ich in die muhr einspüren sollen ärgerlich echt hört man den hund ja das ist der hund ja genau wir haben jetzt schon drei matchs verloren so gibt es ja gar keine mühe mehr birdie das ist ja eine guck nutella und gold ja richtig einfallsreich mit den namen manche sitzen auch einfach zu hause so hey nutella glas steht hier oben ist schon lecker ich glaube so nenne ich mich der andere acht immer diese goldbarren sind ja in unserem team das ist dann noch welche da vorbei also ich komme da von unserer base muss ich sagen ich mag die andere diese die 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 erstens geht zumindest erzählt er kann vor so einem buggy bären kommen wir irgendwie von hinten also surprise hat durch meine meine kinder fischig ich bin nämlich durchgebrochen wie sie mit gerechnet und die haben glaube ich drei muscheln oder soll die müssen langsam kaputt machen hat durchgebrochen aber die dürfen aber nicht hier entspringen als ob ich dir nicht trägt krieg aus der luft ich komme schon wieder durch das problem ist der einwesen dahinten keine ahnung wer aber der der versucht halt mit einem ball und das ist halt ungünstig jetzt einfach so durchbrechen jetzt schwimmt einfach der nächste mit einem ball hin ist das denn gold jetzt auch jetzt haben die jetzt auch nichts von jetzt breche ich durch der könnte einfach zu mir hast du einen ball der wahrscheinlich auch nicht mehr er toll stehe ich vor dem korb ohne ball und der versteht dieses hierhin nicht da hast du jetzt schon wenn man einfach bescheid wenn du einen ball hast vielleicht kriege ich den habe ich wollte gerade um ihn und schulwerfen vorsichtig bist gerade alleine ja das ist das k in gold steht für kompetenz okay wir haben konnte aber einer musste nehmen in der stadt jetzt stimmt er mit dem ball dahin ja natürlich tot wenn du den sie wieso macht er das denn ja das ist auch so haben wir überhaupt noch also wir könnten das finde ich gut dass das war initiative ergriffen team play leute team play okay probieren wir es gleich noch mal ja schaffen wir ja Was ist los Sammy? Was ist los, du kleiner Schmusehund? Nino geschrieben, Shadow of the Tomb Raider erinnert sich auf Prince of Persia. Oh, die ist sehr gut. Ich glaube, ich habe aber auch aktuell nur zwei Spiele, Animal Crossing und Diablo 3. Das sind so die zwei Spiele, die ich immer abwechselnd spiele. Dann kriege ich immer nur so eins, das ist jetzt Animal Crossing noch dazu. Jawohl, wir haben die Gurke. Wir haben die Gurke. Wir haben die Gurke. Mein Highlight des Tages. Ah, shit. Ja, ich dachte, der ist ein bisschen leichter auszutreten. Der Neo. Neo oder Nino? Weiß ich nicht. Ah, das ist vielleicht so. Als ob die jetzt drei Bälle bekam. Ah, shit. Da geh ich jetzt hin wieder durch, Mann. Ich weiß ja, wer das ist, auch ich geh dann einfach mal die Haufeln. Ah, wir ziehen wieder durch. da ist nur am ende eine frau schütter kann man hinterher kannst du den konnte weil neben gleich das war doch viel genau bleibt einfach hier in der base ich guck dass ich durchziehe also wenn du den ball nimmst und zu mir sprengst wäre das ganz gut da liegt ein konterball rum das trotzdem springen einfach zu mir springen da so funktioniert das umgünstig versuchen wir mal aufs killen zu fokussieren ich habe sieben nein ich habe die damit bekam ich die bombe aber oh leute das lief gut keine ahnung wer dazu kam ich finde es wird eine mucke hallo warum komme ich nicht jetzt brauchen wir vielleicht noch ein bisschen schade ja zwei gewinnen ja ich sag ein score von 2700 guck mal mir lags nicht guck mal kaum habe ich mich so ein bisschen aufs killen fokussiert passt müsse ich öfters machen 1800 wohl schlecht ja ich versuch es schaffe ich easy schaffe ich nicht schaffe ich schaffe ich jetzt ich 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 Gucken, wieviel wir in 10 Minuten noch schaffen. 1-2 Matches bestimmt. 1.900. Ach, schaffen war easy. Aber wieder auf dieser Map? Das ist echt nicht so. Äh, ja... Äh, glaub ich ganz gut, wenn du dich so ein bisschen um Muscheln kümmerst. Hauptsächlich. Guck mal, dass ich dann... ...mich echt ums Kaputtmachen fokussiere. Aha. Ja, die sind durch, die sind durch. Waren glaub ich einige... ...falsche Richtung. Okay, bist du gerade bei den Gegnern? Äh, dann... ...kannst du ruhig mitkommen. Äh, ich bin hier in der Mitte hin. Vorsicht, da auf der einen Seite kommt glaub ich ein Gegner. Okay, sag nur Bescheid, dann spring ich zu dir. Oh, das war super nah. Shit. Äh, die nicht springen brauchen, ey. Ich bin hier in meinem Team. Ich bin hier in meinem Team. Ah shit. Vorsicht, da ist jemand, der kommt durch. ... Okay, nicht springen. Ich bin hier unterwegs, ich bin hier unterwegs. Ich ziehe von der anderen Seite durch. Ich ziehe. Ich ziehe. Jetzt spring, 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 spring. Ah shit. Ich geh gleich zu Neno. Ne anreden, der ich. Ich geh gar nicht. Hab ihn... Ja gut, oder du. Und, du kannst springen. Ich brauche nur drei Mupfeln Nein, so spät Nein, da ist Neo Aber ich nenne ihn Neno Bevor sie fehlt Ah, gute Idee Guck mal, dass ich den Balltypen kriege Hab den Hab den Balltypen gekriegt Was, was wär denn? Hm, nur für die LOLs Okay, es war eine Ernehmung, die sind alle tot Das Bettling muss erst mal kommen Ah, shit, wollte ich gerade abheben Das Neno-Faker, genau Wie um mein Bruder da wäre, gerne Neno Ah, schon hier auch gut Achso, ich wär jetzt durch, ich wär durch Eigentlich haben wir jetzt gewonnen Ah, fast, wir müssen jetzt nur noch den mit den lustigen Krügel gehen dort Okay, sehr gut Ah, Enemies sind tot GG Passt, perfekt, easy Keine Herausforderung Zack Ah, siehst du, ist so lustig Ah, siehst du, ist so lustig Guck mal, 1901 Einz By Full Record Das war's. Und wo warst du, dass du jetzt so spät da bist? Warum habt ihr ne Party? Ich bin nicht eingeladen. Eiskalt, Bernie. Eiskalt. Jetzt sind wir drei Tage her, wie gesagt. Ja, jetzt sowieso nicht. Schon wieder die Map. Was hast du die? Scheiße, ich bin durch. Easy. Ich habe nie gesagt, dass du nutzlos bist. Achso, eher das. Ich weiß es nicht. Warum rennt er einfach durch meine Schüsse durch? Asozial. Ich? Ja, scheiße, ich gebe mir nichts. Shit, okay, kam doch nicht weg. Aber gut, hast du schon mal gut gemacht. Ich will vorne wieder weg. Ja, ich will vorne weg. Wow. товch sehen. Wie. ich bin auch schon tot ich immer tot bin gefühlt einfach was ich irgendwie will ja aber wir sind durchgekommen und ja alles gut wir sind durchgekommen alles gut das bringt wer schätzt sich ja tot nein als ob die jetzt in führung sind hast du den konterball gleich ich komme von der anderen seite ich von den längeren weg da kein spring ich bin tot ok passt passt egal totally worth it ist noch ein sieg am ende wir könnten noch ich sehe gerade wir haben noch über eine minute wenn wir jetzt ausmachen zählt das dann als sieg für uns und die kommen durch ich gucke ob ich schneller bin nein ich bin nicht schneller ich habe mich trotzdem gesehen also ja ich versuche es einfach nochmal durchzusprungen ich glaube die haben keiner gesehen gefühlt ich glaube die haben keiner gesehen gefühlt nicht nein raketen wir geben wir werden nicht mal 8 Kills gemacht. Guck mal, das ist ein richtig cooler Rekord von...